So Freunde, ich habe jetzt mein Auto abgeholt und der ganze Spaß hat mich 300 Euro gekostet. Ja, da musste Wissi was gemacht werden. Der sagt auch so, ja danach hast du die nächsten zwei Jahre Ruhe, aber so heißt es auch jedes Jahr. Leider 300 Euro, da gerade rate ich etwas in Schwitzen. Alles okay, was soll ich machen, muss halt gemacht werden. Vor allem, ich mache das ja jährlich. Ist halt so. 300 Euro oder so.